Hallo und willkommen zurück zur nächsten Folge Let's Play Elektronik nach der Sommerpause. Heute behandeln wir ein Thema, das sich regelmäßig in Support-Anfragen behandeln muss, und zwar wie programmiert man einen Mikrocontroller? Es gibt nämlich ganz, ganz, ganz verschiedene Arten, wie man einen Mikrocontroller programmiert, sei es ein Arduino, sei es ein Mikrocontroller nackt, so wie hier auf einem Breadboard zum Beispiel. Es gibt da verschiedene Arten, wie man den programmieren kann und die zeige ich euch in diesem Video. Ich fange jetzt erstmal mit den zwei einfachsten Dingen an, wie ein Hobbyanwender einen Mikrocontroller programmieren kann, also die zwei verbreitetsten Anwendungen zum Mikrocontroller programmieren und arbeite mich dann Stück für Stück in die Materie tiefer hinein. Und für die, die nur schnell wissen wollen, wie man einen Mikrocontroller programmiert, die zwei einfachsten Methoden. Methode Nummer eins, wie sie bei den gesamten Arduinos und so verwendet wird, ist die Methode mit dem Bootloader. Ein Bootloader ist ein Stück Software, das bereits auf dem Mikrocontroller vorprogrammiert ist. Ganz, ganz wichtig, der Mikrocontroller mit einem Bootloader muss vorprogrammiert sein. Dieser Bootloader muss sich auf dem Mikrocontroller befinden. In der Regel ist ein Mikrocontroller komplett nackt. Wenn man den beim Hersteller kauft, ist dort in der Regel nichts drin. So ein Standard Atmega 328 Papa, wie er zum Beispiel im Arduino Uno drin ist, hat keinen Bootloader. Der kommt nackt vom Hersteller. Der Bootloader vom Arduino macht am Anfang nichts anderes, wie er guckt, ob an der seriellen Schnittstelle entsprechende Daten ankommen, damit er weiß, oh, jetzt werde ich programmiert. Man merkt es auch, wenn man jetzt den Arduino einsteckt und ein Programm drauflaufen hat. Der fängt nicht sofort an mit dem Programm, sondern der wartet immer erst ein paar Sekunden und dann startet er das Programm. Das liegt eben daran, dass er erst zu diesem Bootloader springt. Dieser Bootloader funktioniert, wie gesagt, über die serielle Schnittstelle. Das bedeutet, wir brauchen einen zusätzlichen Chip, der eine serielle Schnittstelle bereitstellt. Im Falle Arduino ist ein Atmega 16U2. Es gibt auch USB nach Serielladapter, Kabel, Wandler. Mit denen könnte man auch einen Mikrocontroller, der einen Bootloader drauf hat, ansteuern. Man benötigt dafür nur die RX und TX Leitungen. Arduino hat dann noch zusätzlich ein Steuersignal für ein Reset, aber in der Regel reichen diese Signale RX und TX aus. Wenn man jetzt einen nackten Mikrocontroller von einem Hersteller kauft, muss man erst einen Bootloader auf diesen Mikrocontroller drauf programmieren. Und das geschieht mit der zweiten Variante, mit einem Programmiergerät. Klassisch von früher kennt man noch den AVR-ISP MK2 für die Atmel-Mikrocontroller oder aktuell einen ganz neuen von Atmel-Microchip, den Atmel-Eyes. Dieses Programmiergerät wird nun an den Mikrocontroller angeschlossen, und zwar an die entsprechende Programmierschnittstelle. Bei einem Standard-AVR-Mikrocontroller, wie er zum Beispiel im Arduino drin ist, der Atmega 328P, der besitzt diese sechspolige Programmierschnittstelle hier. Und die nennt sich ISP-Schnittstelle. Das sind sechs Kontakte, plus minus benötigt er. Reset, MISO, MOSI, CLOCK. Also CLOCK, einmal benötigt er quasi einen TAK, damit er weiß, wie schnell er programmiert wird. MISO, Master-In, Slave-Out. Master ist das Programmiergerät, das heißt, die Daten gehen vom Mikrocontroller zum Programmiergerät. MOSI, Master-Out, Slave-In, also vom Master raus, vom Programmiergerät zum Mikrocontroller. Die neueren Mikrocontroller haben zum Beispiel einen T-Bug-Wire. Das ist nur noch eine Leitung, die wird an Reset angeschlossen. Dann benötigt man nur noch VCC-Ground und diese Reset-Leitung und kann mit diesen drei Kabeln komplett programmieren. Ich zeige euch jetzt mal im Falle von der Arduino-Oberfläche, wie das funktioniert und was die Unterschiede zwischen diesen zwei Methoden sind. Ich habe uns jetzt hier mal ein Gshiduino angeschlossen, also unser Arduino-Derivat mit einem AdMega328P drauf, der bereits den Bootloader besitzt. Und den programmieren wir jetzt. Wenn wir jetzt über den Bootloader programmieren, ganz wichtig vorab, eine Einstellung bei Arduino, die für T-Bug-Zwecke und so sehr, sehr praktisch sein kann, falls mal was nicht funktioniert beim Hochladen. Es gibt in den Voreinstellungen eine ausführliche Ausgabe während Kompilierung und während Hochladen. Das einzuschalten gibt deutlich mehr T-Bug-Ausgaben und hat, wenn mal ein Problem auftreten sollte, auch im Programmcode deutlich mehr Komfort. Das Programm, das ich jetzt hier reingeladen habe, ist das Standard-Blink-Programm von Arduino. Es wird nun dieses Programm mit dem Bootloader hochgeladen. Ganz wichtig, beim Bootloader, habe ich vorhin ja gesagt, benötigt man eine serielle Schnittstelle. Die befindet sich dank dem kleinen Chip hier bereits auf dem Controller-Board mit drauf. Und daher können wir auch hier jetzt einen Port auswählen. In dem Fall Komp54 als Port für den Bootloader. Ich habe jetzt Arduino Uno eingestellt. Nun können wir mit Hochladen das Programm auf den Mikrocontroller flashen. Man sieht es auch an den RX- und TX-Leitungen, die dann so ein bisschen flackern. Dann sieht man, dass da Daten übertragen werden. Das wäre also die Methode, wie man den Chip mit dem Bootloader programmiert. Ich kann jetzt auch noch mal die Frequenz ändern und es noch mal hochladen, dass man es noch mal sieht. Die gelben LEDs blinken ein wenig und das Programm ist hochgeladen und die LED blinkt schneller. Die zweite Variante kann man mit dem Original-Arduino nicht direkt machen. Da benötigt man ein weiteres Programmiergerät, wie eben vorhin gezeigten MK2. Der Xidoino hat den Vorteil, der hat das Programmiergerät bereits integriert. Das heißt, man zieht mal den Stecker ab, steckt hier den Steckjumper und steckt wieder ein. In dem Moment startet der Chip hier vorne nicht mehr als serielle Schnittstelle, wie es vorhin war, um den Bootloader anzusprechen, sondern in dem Fall startet der Chip als Programmiergerät. Das heißt, der simuliert quasi genau dieses Gerät hier. Und nun ist es wichtig zu wissen, dass an der Stelle kein Port mehr hier ist. Denn wir verwenden ja nicht den Bootloader, wir verwenden ein Programmiergerät. Und so ein Programmiergerät meldet sich ja nicht als COM-Port, als Serial-Port, sondern so ein Programmiergerät meldet sich als Programmiergerät. Zu finden hier unten Programmer. Da kann man jetzt ganz, ganz viele verschiedene Programmiergeräte auswählen. In unserem Fall AVR-ISP Mark II. Der hier eben entsprechend. Und nun haben wir die Möglichkeit, das Programm hochzuladen. Ich ändere nochmal die Frequenz, dass man sieht, dass sich was ändert. Allerdings nicht mit Hochladen, denn in dem Falle würde die Arduino-Oberfläche wieder den Bootloader verwenden. Die weiß ja nicht, dass wir keinen Bootloader dran haben. Ich mache es mal schnell. Und jammert dann an der Stelle, dass der COM-Port nicht gefunden werden konnte. Wir müssen deshalb Hochladen mit Programmer machen. Steuerung, Umschalt, U kann man sich merken. Das muss man nicht immer ins Menü oben rein. Hochladen mit Programmer. Und wenn wir das jetzt auswählen, passiert Folgendes. Der Chip wird über den STK 500 V2, MK2, V-Target 5 Volt über diese Schnittstelle programmiert. Über den Programmer. Man sieht, die Taktfrequenz von der LED hat sich geändert. An der Stelle führte dieser AVR-Dude einen kompletten Chip Erase durch. Das bedeutet, der Bootloader, der hier drauf war, ist jetzt weg. Tot, finito, nicht mehr vorhanden. Wenn wir also den Jumper abziehen würden, wieder aus- und einstecken, damit wir wieder als serielle Schnittstelle starten können. Werkzeuge COM54. Wenn wir jetzt wieder standardmäßig hochladen würden, funktioniert das nicht. Er versucht hier eine Verbindung aufzubauen. Ganz wichtig, wenn man so ein Bild im Arduino kriegt, Not in Sync, Responsum X55, ist es wahrscheinlich der Fall, dass schlicht und ergreifend kein Bootloader auf dem Chip drauf ist. Und dann versucht er jetzt hier leider zehnmal das hinzukriegen, schafft es aber nicht. Was wir jetzt machen, wir ziehen hier ab, stecken den Jumper wieder drauf, mit wieder ein vollwertiges Programmiergerät haben. Und an der Stelle können wir jetzt zum Beispiel das Tool verwenden, Bootloader brennen. Wenn wir jetzt hier den MK2 ausgewählt haben und Bootloader brennen auswählen, macht er hier zack, zack, zack. Und nun ist der Bootloader wieder auf den Chip gebrannt. Er blinkt jetzt auch nicht mehr, denn der Chip wurde komplett gelöscht und nur der Bootloader wurde hinten drauf programmiert. Jetzt könnten wir wieder ganz normal über die serielle Schnittstelle, wie wir es vorher gemacht haben, programmieren. Allerdings wichtig, die zwei Unterscheidungen. Bootloader, einfache Geschichte über die serielle Schnittstelle. Man benötigt kein Programmiergerät, man benötigt nur diese serielle Schnittstelle, die bei den Arduinos mit dabei ist in der Regel und kann darüber programmieren. Programmiergerät, man benötigt dieses Programmiergerät, das in der Regel von billig bis sehr sehr teuer ist. und benötigt die entsprechende Schnittstelle, um an diesen Mikrocontroller heranzukommen und ihn dann über diese Schnittstelle zu programmieren. Die zwei Varianten gibt es und jetzt war es eigentlich das für alle, die diese Grundlagen wissen wollen. Ihr könnt die jetzt abschalten, außer ich habe euch so fasziniert, dann könnt ihr jetzt gern weiter zuhören, denn jetzt geht es in die Tiefe. Warum benötigt man einen Bootloader? Die Frage ist relativ einfach zu beantworten, denn so ein Programmiergerät kostet in der Regel in dem Fall 150 Euro, so plus minus. Früher mal die AVR-ISBMK 2 50, 60 Euro. Ganz, ganz früher wirklich, wirklich teuer, mehrere hundert bis mehrere tausend Euro. Denn so ein Programmiergerät ist schlicht und ergreifend teuer. Und dann hat sich irgendjemand gedacht, es macht eigentlich gar keinen Sinn, wenn sich jeder Hobbybastler für ein paar hundert Euro so ein Teil kauft. Es wäre doch viel cooler, wenn sich nur einer so ein Teil kaufen muss, programmiert mit diesem Teil irgendein Stück Software drauf und dieses Stück Software übernimmt dann quasi das Programmieren für uns, bzw. spart uns doch diese nicht sehr geringe Ausgabe vom Programmiergerät. Es gibt allerdings nicht nur Vorteile vom Bootloader. Klar, es gibt Vorteile, wie gesagt, man spart sich Geld, man braucht kein Programmiergerät. Man ist relativ unabhängig, man kann damit verschiedenste Chips programmieren. Es gibt alle Arten von Chips, die einen Bootloader drauf haben, werden zum Beispiel über die serielle Schnittstelle programmiert. Ich brauche also nur einen USB-Anschluss am Computer, man ist sehr flexibel. Und eine serielle Schnittstelle funktioniert in der Regel auch bei einem Mac oder bei einem Linux. Allerdings gibt es auch ein paar Nachteile von Bootloadern. Und zwar, wie vorhin schon gesagt, so ein Bootloader wird ja programmiert auf dem Chip. Das heißt, er muss auf dem Chip vorhanden sein. Das bedeutet, wenn so ein Chip 32 KB Flash-Speicher hat für unser Programm, das wir gerade nicht programmieren möchten, bedeutet das, dass von diesen 32 KB ein bisschen was wegkommt an der hintersten Stelle. 500 Byte, 1K, 2K, 4K, irgendwie, je nachdem, was für ein Bootloader das ist, kommt hinten ein Stück weg. Wenn wir jetzt ein sehr großes, kompliziertes Programm haben, haben wir ein Problem, denn wir haben nicht die 32 KB zur Verfügung, weil eben der Bootloader noch drauf ist. Wir haben also 500 Byte bis 2K weniger Speicher zur Verfügung. Ein weiterer Nachteil vom Bootloader ist, dass er in der Regel sehr, sehr langsam ist. So ein Programmiergerät kann sehr schnell programmieren und ein Bootloader in der Regel deutlich langsamer. Das heißt, wenn man jetzt mal eine Serienproduktion fertigen möchte mit ein paar hundert Chips, würde man es nicht über einen Bootloader machen, denn der Bootloader ist deutlich langsamer wie eben ein reines Programmiergerät. Ich habe ja bereits gesagt, der Bootloader befindet sich ganz hinten. Wir schauen uns den ganzen Speicher von so einem Mikrocontroller, weil es ist ja auch mal interessant zu wissen, was für ein Speicher ist da eigentlich drin. Den schauen wir uns jetzt von der Hand vom Atmega 328P an. Das ist quasi der Mikrocontroller vom Arduino Uno. Im Datenblatt stehen hier diese Werte drin und zwar besitzt er 32 KB Self-Programmable Flash. Self-Programmable ist wichtig, denn das bedeutet, er kann sich von seinem eigenen Code aus selbst programmieren. Das bedeutet, der Bootloader hinten am hinteren Ende kann den Flash vorne programmieren und somit über den Bootloader unser eigenes Programm hochladen. Dann besitzt er noch ein KB EEPROM. Dieses EEPROM ist dazu da, dass man zum Beispiel irgendwelche fixen Daten speichern möchte. Im Falle unserer Kaffeemaschine könnte man zum Beispiel dort einen Kaffeetassenzähler implementieren. Einfach irgendwelche Werte, die nachdem kein Strom mehr auf dem Mikrocontroller drauf ist, noch da sein sollten, eben Temperaturen, Kaffeetassen. Und dann besitzt er noch zwei KB S-RAM, wo irgendwelche Dinge zwischengespeichert werden. Wenn man zum Beispiel eine Schleife macht, vor Uint 8T, I ist gleich 0 bis I kleiner 10, I++. Diese Variablen werden zum Beispiel im RAM drin gespeichert. Die sind dann auch weg, nachdem man den Mikrocontroller Power Down, Power Up gemacht hat. Und wichtig zu wissen, im S-RAM stehen zufällige Daten drin. Das heißt, man muss deswegen die Variablen initialisieren, weil es sein kann, dass einfach irgendwas drin steht. Der Flashspeicher sieht, wie man hier im Datenblatt sehen kann, ganz linear aus. Also der fängt bei einer Adresse 0x0000 an und endet bei einer Adresse 0x3FFF. Und der hintere Teil, wie man sehen kann, beinhaltet den Bootloader. Jetzt ein weiteres wichtiges Thema. Was passiert eigentlich beim Programmieren? Was wird eigentlich auf diesen Mikrocontroller runtergeschrieben? Denn ich habe das schon ganz, ganz oft gehört, dass irgendwelche Leute gesagt haben, ja, da schiebe ich eine Windows-Exe rüber und dann wird die ausgeführt. Nein. Ein Mikrocontroller ist kein Gerät mit einem Betriebssystem drauf wie ein Windows, das dann eine Executable ausführen kann. Nein, ein Mikrocontroller ist ein wirklich total dummes Gerät, das nichts anderes macht, wie irgendwelche Einsen und Nullen zu vergleichen oder hin und her zu schieben oder addieren, subtrahieren. So Dinge. Mehr macht er nicht. Der kann also nicht eine komplexe Exe-Datei ausführen, sondern der kann lediglich Maschinencode ausführen. Und dieser Maschinencode wird in der Regel als Intel-Hex-Datei gespeichert. Die sieht etwa so aus, wie man hier sehen kann. Und diese Intel-Hex-Datei ist eigentlich eine Datei, die direkt auf dem Mikrocontroller über den Programmer programmiert werden kann. Früher, zum Beispiel beim ZX81, ein basic programmierbares Gerät für einen ZX80 Mikrocontroller, da hat man das Programm zum Beispiel auf einer Tonkassette gespeichert und dann über einen Lautsprecher bzw. über einen Mikrofoneingang von dem ZX81 wieder in den Controller reingeladen. Oder was noch vorher war oder ungefähr gleichzeitig war, man hat einen Mikrocontroller auf eine Platine gepackt und hatte neben dem Mikrocontroller einen ROM, Read-Only-Memory, sowas zum Beispiel, das wäre jetzt ein E-Prom, der hat dann den Code beinhaltet. Und bevor man den mit diesen Gläsern, hier, da gibt es im Übrigen ein relativ witziges Video in der Infobox, wo ich so einen schrotte, bevor die zum Beispiel diese Gläser hatten, konnte man die genau einmal programmieren. Man hat dann sein Programm quasi auf diesen ROM draufgeladen und hat dann diesen PROM in die Platine gesteckt und hat gehofft, man hatte keinen Programmierfehler, denn wenn da ein Programmierfehler drauf war, musste man ihn wegschmeißen. Das war früher so. Dann kamen irgendwelche Leute auf die Idee, man kann so ein kleines Quarzglas einfügen, wie hier ist. Dadurch konnte man quasi jetzt hier irgendwelche Codes draufladen, den Code in die Platine stecken, gucken, ob die Platine richtig arbeitet. Wenn sie das nicht gemacht hat, hat man ihn wieder runtergenommen aus dem Sockel, hat ihn mit UV-Licht gelöscht, hat dann wieder diesen PROM programmiert, wieder reingesteckt, wieder getestet und so weiter. Das war früher also schon sehr, sehr, sehr kompliziert und aufwendig und auch mit sehr viel Geld verbunden. Erstens haben die Bauteile ein Schweinegeld gekostet und zweitens brauchte man ein UV-Löschgerät, man brauchte ein Programmiergerät dafür und das war damals noch richtig, richtig, richtig teuer sowas. Deswegen haben wir aktuell echt super Vorteile, dass das alles so einfach und günstig funktioniert. Ja, vielen Dank. Das war jetzt mal ein kurzer Einblick zum Thema, wie programmiert man Mikrocontroller. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Wenn ja, haut es mal einen Daumen nach oben rein. Ihr könnt auch in die Kommentare schreiben, wenn ihr andere Themen behandelt haben wollt, dass ich eigentlich mal ein Video von was anderem mache, das ihr unbedingt wissen wollt oder sowas. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Programmieren eurer Mikrocontroller und wir sehen uns dann im Livestream am Dienstag oder beim nächsten Let's Play. Ciao! ...